Ach, sag das noch mal. Jetzt kann ich kein Deutsch mehr reden. Junge, was machst du hier? Keine Ahnung. Hey Peter, wieso? Auf nicht. Ich war etwas zu schnell. Seltsam formuliert, drehe nicht dich im Kreis. Wieso steht er nicht, drehe nicht dich im Kreis? Ja, ich habe jetzt tatsächlich noch nicht ganz gerafft. Findet sie den Hans-Georg jetzt geil oder nicht? Die findet den Suppi, okay. Alles klar. Also ich war mir jetzt nicht so sicher, ob da das alles so nur gespielt war zum Schluss hin. Okay, die findet den Suppi, okay. Und hätten sie wohl Wasser für das kleine Sträuschen hier? Nein, das ist ja zuckersüß. Warte ganz kurz. Oh Mensch, okay. Das ist echt stark. Moment, Moment. Ja, eben. Heißt das, wir haben die Abschlusskampfszene gerade in Badesachen durchgeführt? Ja, das stimmt. Ja, richtig. Im Bademantel. Wir haben das noch leider nicht erwähnt. Tatsächlich, ja. Heckgesloten. Meine, dein N ist halt heckgesloten. So, heckgesloten. Als ob du bei uns in Holland reden nur die Bauern so. Versloten. Okay. Ja, ich meine... Nee, aber gut, ist egal, wenn du das so machen möchtest, dann... Nein, sowas auch nicht gemeint. Danke, Tobi, für deine Unterstützung. Das ist so agrarisch. Das Hotel hoch in den zweiten Stock. Ja. Wow, Marianne, du warst das Sport auch immer in die Niese. Danke, was? Nein. Das muss ja weg. Alter, ich hätte das auch getrunken. Geil, das klang irgendwie so gut. Wie lange, wie lange. Sehr gut. Du schreibst mit der Antje? Der Antje, der wir in Patrie-Helizia-Haus begegnet haben. Entschuldigung. Mo. Aber kann da nochmal Petra, weil ich hab da schon unter Petra so äh, äh, äh gemacht. Genauer, in Südholland. Das ist eins von zwölf Bundesländern der Niederlande. Sogenannte, äh, bitte was? Naja, als sie reinkam, hab ich sie einfach umgestoßen und bin losgerannt. Okay, 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 dafür siehst du echt gut aus. Also, warte, ich muss ja, ich muss ja gerade... Das kannst du gar nicht sagen, ne? Wie? 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 Ja. Aber bei Licht betrachtet fungelt ihr mehr als alle Sterne am Himmelszelt zusammen. Woher weißt du denn wo? Ich weiß das halt. Und da, ich weiß ja, ich weiß nicht. peoplesιο- Und dann